Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch, was euch in den nächsten 1-2 Wochen alles erwarten wird. Beziehungsweise vorher erst für die nächste Woche. Gerade eben habe ich South Park statt der Wahrheit Part 1 hochgeladen. Seht ihr ja, vor 10 Minuten sogar habe ich es hochgeladen. Und dann ab morgen, den 26. werde ich jeden Tag ein South Park Part hochgeladen. Einmal um 14 Uhr und einmal um 18 Uhr. Ich habe ein bisschen vorproduziert, das geht alles bis am 2.11. Aber ich denke mal, ich werde noch ein paar vorproduzieren. Und die werden dann, je nachdem, auch wieder pro Tag zwei hochgeladen oder nur ein. Je nachdem werde ich ja dann sehen. Und ja, also haut rein.